Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Qigong-Lehr-Video, meiner Qigong-Lehr-DVD. Qigong, zwei Worte. Das erste Wörtchen Qi, das zweite Wörtchen Gong. Qigong bedeutet, die Lebenskraft Qi mit Ausdauer und Beharrlichkeit Gong beüben. Will sagen, um zum größtmöglichen Übungserfolg zu gelangen, ist es notwendig, regelmäßig in Ruhe und Gelassenheit die Lebenskraft zu beüben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020